Kaffee-Terrasse am Abend. Vincent van Gogh. Das in diesem Gemälde dargestellte Café gibt es tatsächlich. Man findet es am Place du Forum in Arles. Jedoch hat van Gogh es expressionistischer gemalt, als es damals vorzufinden war. Die späteren Besitzer entschlossen sich 100 Jahre später, 1990, das Café kurzzeitig zu schließen, um es umzubauen und näher an van Goghs Darstellung kommen zu lassen. Der Betrachtende findet sich in einer kleinen gemütlichen Gasse wieder, die in warmes Licht getränkt ist. Es ist Abend und am dunkelblauen Himmel leuchten bereits einige Sterne. Rechts ragt ein Baum in die Szenerie hinein und in den Häusern brennt vereinzelt noch Licht. Einige schlafen schon oder befinden sich selbst auf der Straße. Über das Kopfsteinpflaster kommt aus der hinteren Bildmitte eine Pferdekutsche auf den Betrachtenden zu. Man bildet sich ein, dieses Gemälde hören zu können. Sowohl die Hufe der Pferde als auch die abendlichen Gespräche der Kaffeegäste. Vor der gelben Fassade dieses Cafés wurde ein langer oranger Teppich ausgebreitet. Auf ihm befinden sich zahlreiche Tische und Stühle. Die vorderen Plätze sind allesamt leer, während hinten bereits einige Gäste Platz genommen haben und von einem Kellner bedient werden. Der Kontrast, der durch die Verwendung der Komplementärfarben Gelb und Blau entsteht, dominiert dieses Bild und wird auch in den schwungvollen Pinselstrichen am Boden aufgegriffen. Vincent van Gogh verbrachte ungeplant mehr Zeit in Arles, insgesamt über ein Jahr, welches sein produktivstes Künstlerjahr werden sollte. Der hier gemalte Sternenhimmel ist der erste von vielen. Auf vielen weiteren Gemälden greift Van Gogh immer wieder dieses Motiv auf und taucht seine Bilder somit in eine angenehme nächtliche Umgebung.